Glockenspiel im Hintergrund, das nach und nach leiser wird. Anton Tschechovs Onkel Vanya, ein Klassiker, er strahlt in neuem Glanz. Dieses Stück, das erstmals 1897 aufgeführt wurde, hat die Herzen vieler Generationen berührt und bleibt bis heute relevant. Tschechov, ein Name wie Donahall in der Theaterwelt. Seine Stücke? Weltberühmt. Er war nicht nur ein Dramatiker, sondern auch ein Arzt, der die menschliche Natur wie kein anderer verstand. Seine Werke sind ein Spiegel der Gesellschaft und der menschlichen Seele. Und Onkel Vanya? Eines seiner Meisterwerke. Es ist ein Stück, das die Komplexität des menschlichen Lebens und die tiefen Emotionen, die uns alle bewegen, einfängt. Die Charaktere sind so lebendig und real, dass man fast das Gefühl hat, sie persönlich zu kennen. Wir befinden uns auf einem russischen Landgut im 19. Jahrhundert. Ein Ort, der sowohl Schönheit als auch Melancholie ausstrahlt. Die Landschaft, die Natur, alles scheint in einem ständigen Zustand des Wandels zu sein, genau wie die Gefühle der Charaktere. Das Stück erzählt von Träumen, die unerfüllt bleiben, von Liebeswirren und der ewigen Suche nach dem Sinn des Lebens. Die Figuren? Zeitlos. Sie kämpfen mit denselben Problemen und Gefühlen, die auch heute noch relevant sind. Ihre Geschichten sind universell und berühren uns tief. Da ist Vanya, der sich nach einem erfüllten Leben sehnt. Er ist ein Mann, der sein Leben der Arbeit und dem Wohl anderer gewidmet hat, nur um am Ende festzustellen, dass er selbst wenig erreicht hat. Seine Sehnsucht nach Bedeutung und Anerkennung ist herzzerreißend. Danielina, die junge Frau an der Seite eines älteren Professors, die in ihm ungeahnte Gefühle weckt. Sie ist gefangen in einer Ehe ohne Liebe und sucht nach einem Ausweg, nach einem Funken Hoffnung in ihrem eintönigen Leben. Und nicht zu vergessen Astroff, der Arzt, der sich für den Erhalt der Natur aufreibt, während er selbst im Alkohol versinkt. Er ist ein Mann, der von seinen Idealen und Träumen zerrissen wird, unfähig die Welt um sich herum zu verändern und doch unermüdlich in seinem Streben. Onkel Vanya ist ein Stück voller Melancholie. Es zeigt die Tragik des Alltags, die kleinen und großen Enttäuschungen, die uns alle betreffen. Doch es gibt auch Momente der Hoffnung, des Lichts in der Dunkelheit. Tschechow führt uns die Tragik des Alltags vor Augen, lässt uns tief in die Seelen seiner Figuren blicken. Er zeigt uns, dass das Leben trotz all seiner Schwierigkeiten immer noch lebenswert ist. Die Charaktere in Onkel Vanya sind ein Spiegelbild unserer eigenen Kämpfe und Triumphe. Und wo kann man dieses Meisterwerk jetzt bewundern? Natürlich in Wien. Die Stadt, die für ihre reiche Kultur und Geschichte bekannt ist, bietet den perfekten Rahmen für dieses zeitlose Stück. Im Theater in der Josefstadt hat Amelie Niermeier dem Klassiker Neues Leben eingehaucht. Ihre Inszenierung bringt frische Perspektiven und moderne Interpretationen, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Es ist eine Aufführung, die man nicht verpassen sollte. Ein Amelie Niermeier, eine der innovativsten Regisseurinnen unserer Zeit, bringt frischen Wind in die Theaterwelt. Amelie Niermeier ist bekannt für ihren mutigen Inszenierungsstil. Sie hat keine Angst davor, neue Wege zu gehen und das Publikum zu überraschen. Sie schreckt nicht davor zurück, Klassiker neu zu interpretieren. Ihre Inszenierungen sind oft eine Mischung aus Tradition und Moderne, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Und in der Josefstadt zeigt sie uns Onkel Vanya auf eine Art und Weise, die überrascht. Weg mit der Schwermütigkeit. Stattdessen bringt sie eine Leichtigkeit und Frische in das Stück, die man so nicht erwartet hätte. Niermeier setzt auf Humor und Leichtigkeit. Ihre Inszenierung ist voller witziger Momente, die das Publikum zum Lachen bringen. Die Figuren wirken dadurch menschlicher, greifbarer. Man kann sich mit ihnen identifizieren und fühlt sich ihnen näher. Das Publikum lacht. Es genießt die humorvollen Szenen und die frische Interpretation des Klassikers. Und ist gleichzeitig tief berührt von der Tragik der Geschichte. Die Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit schafft eine einzigartige Atmosphäre. Ungewöhnlich ist auch das Bühnenbild. Niermeier bricht mit den Konventionen und schafft etwas völlig Neues. Statt des typischen Gartens, den man aus Onkel Vanya kennt, sehen wir eine Wohnung. Diese moderne Interpretation des Bühnenbilds gibt dem Stück eine ganz neue Dimension. Eine Küche aus den 70ern, um genau zu sein. Diese Wahl ist nicht nur überraschend, sondern auch äußerst effektiv. Das wirkt überraschend modern und gleichzeitig vertraut. Die Kombination aus Retro-Elementen und modernem Design schafft eine einzigartige Atmosphäre, die das Publikum in ihren Bann zieht. Niermeiers Inszenierung ist ein Beweis dafür, dass man auch ohne Garten eine beeindruckende und unvergessliche Aufführung schaffen kann. Sound von sich öffnenden Vorhängen. Tradition trifft Moderne. Ein erfrischender Kontrast. Wenn sich die Vorhänge öffnen, beginnt eine Reise durch Zeit und Raum. Niermeiers Inszenierung bricht mit vielen Konventionen. Sie wagt es, die vierte Wand zu durchbrechen und das Publikum direkt anzusprechen. Sie zeigt uns Onkel Vanya in einem neuen Licht. Die klassische Erzählung wird durch innovative Inszenierungstechniken neu belebt. Die Figuren tragen zwar Kostüme aus dem 19. Jahrhundert, bewegen sich aber in einer modernen Welt. Diese Mischung aus Alt und Neu schafft eine einzigartige Atmosphäre. Dieser Kontrast ist spannend. Er macht das Stück für ein heutiges Publikum zugänglich. Die Zuschauer können sich leicht mit den Charakteren identifizieren. Wir können uns besser in die Figuren hineinversetzen. Ihre Probleme, ihre Sehnsüchte. All das wirkt plötzlich ganz nah. Die Emotionen der Schauspieler sind greifbar und intensiv. Niermeier hat keine Angst vor Experimenten. Sie probiert neue Techniken aus und scheut sich nicht, Risiken einzugehen. Sie verbindet Tschechows Text mit modernen Elementen. Durch den Einsatz von Technologie und zeitgenössischen Requisiten entsteht eine faszinierende Fusion. Das Ergebnis? Eine Inszenierung, die unterhält, berührt und zum Nachdenken anregt. Das Publikum verlässt das Theater mit neuen Perspektiven und Eindrücken. 70er Jahre Musik ertönt kurz. Die 70er Jahre Leben. Retro-Küche und Videoprojektionen. Das Bühnenbild ist ein echter Hingucker. Die 70er Jahre Küche wirkt authentisch. Man fühlt sich in die Zeit zurückversetzt. Die Figuren sitzen am Küchentisch, trinken Tee, streiten, verlieben sich. Ergänzt wird das Bühnenbild durch Videoprojektionen. Mal sehen wir Aufnahmen von der Natur, mal Bilder aus dem heutigen Wien. So entsteht eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Geräusche von begeistertem Applaus. Wiener Charme trifft russische Seele. Das Publikum staunt. Die Premiere von Onkel Vanya in der Josefstadt war ein voller Erfolg. Das Publikum begeistert. Man konnte die Energie im Saal förmlich spüren. Die Schauspieler wurden mit tosendem Applaus gefeiert. Viele Zuschauer waren überrascht. Sie hatten eine klassische Inszenierung erwartet. Stattdessen sahen sie einen Onkel Vanya, der modern und frisch wirkte, ohne seinen Charme zu verlieren.